Musik Musikschule ist eine wichtige soziale Einrichtung. Über 650 Schüler kommen wöchentlich zu uns, üben für verschiedene Projekte, spielen gemeinsam mit anderen Kindern zusammen und lernen so hier ganz wichtige Bereiche für ihr Leben. Das gemeinsame Musizieren, auch einmal ein Solo selbstbewusst spielen oder sich einmal zurücknehmen, weil ein anderer ein Solo hat, das sind ganz wichtige Dinge, die jeder junge Mensch hier durch das Musizieren in der Musikschule lernt. Vielseitigkeit ist uns ein ganz wichtiges Prinzip. Es muss für alle Musikrichtungen, für alle Kunstrichtungen Platz sein. Tanzen ist ein ganz wichtiger Bereich bei uns an der Schule und seit einigen Jahren auch Schauspiel. Als letztes fehlendes Segment wollen wir auch noch die bildende Kunst installieren. Das soll in den nächsten Jahren geschehen, sodass die Musikschule Wieselburg zu einer Kunstschule wird und so ein wirklich breites, künstlerisches, kreatives Potenzial hier in der Region sein wird. Wir haben bereits die Vielseitigkeit der Schule angesprochen und dies zeigt sich auch in einer ganzen Vielzahl von Projekten, die wir in den vergangenen Jahren initiiert haben. Sei es, dass wir internationale Kontakte gepflegt haben. Wir waren mit den Schülern von Türkei, Deutschland, Tschechien, Italien, sogar bis nach Japan sind wir gekommen. Und das sind dann für die Kinder wirklich unglaublich tolle und lebensprägende Erlebnisse. Es gibt die Sessions, wo die Jazz- und Popular-Abteilung ganz kräftig zum Einsatz kommt. Es ist der Tanzsektor ein ganz großer. Wir haben alle Jahre eine Tanzshow, wo über 600 Besucher zu uns kommen und die Kinder wirklich auf großer Bühne auftreten können und ein großes Projekt durchführen können. Die Schauspiel-Abteilung hat einen Spielfilm gedreht, der über eine Stunde dauert und ganz großartig die Leistung der Kinder zeigt und eine tolle Geschichte erzählt. Musikschularbeit bedeutet auch große Breitenwirkung. Es muss für jeden Platz sein, für den einfachen Hoppe Musiker, als auch für die besonders begabten Schüler. Für die besonders begabten Schüler ist es wichtig, dass sie dementsprechend gefördert werden. Viele von ihnen haben ihre Karriere, ihre künstlerische Karriere an Hochschulen fortgesetzt, haben erfolgreich die Aufnahmsprüfung geschafft und sind inzwischen schon selbst als Musiklehrer, als aktive Orchestermusiker oder als Bandmusiker oder als Sänger auf europäischen Bühnen unterwegs. Musikschule bedeutet Freude. Freude am Musizieren. Freude an der Kreativität. Freude am Darstellen mit dem eigenen Körper. Freude am gemeinsamen Musizieren. Alle sind herzlichst eingeladen. Freude am